Hallo und herzlich willkommen bei See You Soon, dem Podcast für Surfer und Saltwater Souls. Ich bin Sabine Spallek, Surferin und Naturtherapeutin und freue mich, dass du heute hier bist. In dieser heutigen Podcast-Episode möchte ich ganz gerne mit dir teilen, wie ich es geschafft habe, mit 30 mein Leben vollständig auf den Kopf zu stellen. Und wenn ich das Wort benutze, auf den Kopf stellen, dann meine ich das wirklich wortwörtlich. Denn ich habe damals ja meine vermeintlich sichere Festanstellung bei einem Hamburger Verlag gekündigt, mir ein One-Way-Ticket für Australien gekauft, hatte zu dem Zeitpunkt 10.000 Euro gespart und war insgesamt über 16 Monate unterwegs, Philippinen, Bali, Sri Lanka, Marokko und viele weitere Länder. Und habe damals meine Selbstständigkeit gestartet. Und das war für mich eine komplett vollständig andere Welt, einfach ein ganz anderes Leben. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe in vielen weiteren Episoden diese Geschichte geteilt und ich verlinke, du dabei mehr Lust hast, davon mehr zu erfahren. Ich verlinke dir ein paar entsprechende Folgen unten in den Shownotes, wenn du tiefer in diese Geschichte einsteigen möchtest. In der heutigen Episode möchte ich ganz gerne mit dir teilen, mein wichtigstes Hilfsmittel, was mir ermöglicht hat, mein persönliches Traumleben mir zu ermöglichen, mir das zu erschaffen. Was damals für mich war oder auch jetzt immer noch ist, ein ortsunabhängiges Leben und Arbeiten zu ermöglichen, damit ich regelmäßig surfen kann. Das war damals mein größter Schmerzpunkt, dass ich halt in der Festanstellung war, im Office war. Und die Momente, wo ich surfen gehen konnte, die waren einfach, ja, es war zu limitiert, zu begrenzt. Und das war damals dieser Riesenantrieb, alles in meinem Leben auf den Kopf zu stellen. Ja, und dieses Tool oder diese Superpower, von der ich dir heute erzählen möchte, die hast du auch. Also es ist bei mir nichts Magisches oder Besonderes. Also ich bin jetzt hier nicht wie Obelix von dem Comic von Asterix und Obelix. Also ich bin nicht in einen Zaubertrank gefallen und hatte ab zu diesem Zeitpunkt diese Fähigkeit, sondern diese Fähigkeit ist in jedem von uns. Und diese Fähigkeit heißt, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und Eigenverantwortung ist in meinen Augen der Ursprung, das ist die Wurzel für Freiheit. Und genau darum geht es in dieser heutigen Podcast-Episode. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich habe viele Jahre meines Lebens, anderen Menschen oder den Umständen, in denen ich war, meiner Vergangenheit die Schuld gegeben, die Schuld für mein Leben oder die jeweilige Situation. Ich war vollkommen in der Opferrolle. Und ich war sehr weit entfernt, wirklich und wahrhaftig Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und für die Umstände, in denen ich war. Und ich kann so gut verstehen, warum ich damals da drin war. Oder Menschen immer noch, also viele Menschen, der Großteil dieser Menschen auf dieser Erde sind in dieser Opferrolle, sind in diesem Verhalten. Denn in dieser beschränkten und limitierten Welt, in dieser Opferrolle zu bleiben, ist so schön bequem und so einfach. Denn indem wir unseren Eltern, den Lehrern, den Kollegen, unserer Chefin, wem auch immer, unseren ehemaligen Partnern, die Schuld an unserer Situation geben, dann macht es das ja alles ja so einfacher. Damit sind wir ja fein raus. Und wir können halt den ganzen Shit einfach auf sie abwälzen. Und wir müssen uns damit nicht mit uns selber beschäftigen. Und hinschauen und selber dafür sorgen und es angehen, unsere eigenen Themen und vor unserer eigenen Haustür kehren. Sondern immer schön mit dem Finger auf die anderen zeigen. Und damit, ja, unser Leben passiv mit, also passiv erleben und nicht aktiv mitgestalten. Und damit, ja, damit gibst du, wenn du in dieser Opferrolle bist und nicht die Eigenverantwortung für dein eigenes Leben übernimmst, dann gibst du unendlich viel Power, gibst du einfach ab. Und es hat keine Frage, das will ich dir überhaupt nicht, ich will es überhaupt nicht beschönigen, in diese Power, diese Power zu nutzen, in die Eigenverantwortung, diese Kraft zu nutzen für dich. Das hat auch was mit, ja, mit Arbeit zu tun und mit Anstrengung zu tun. Ja, den Finger nicht mehr auf andere zu zeigen, sondern den Finger auf dich zu richten, auf dich alleine. Aber wenn du damit beginnst, dann holst du dir in meinen Augen so unendlich viel Power wieder zurück. Und ich würde sogar so was sagen, ja, Eigenverantwortung ist in meinen Augen, es ist eine super Kraft. Wenn du damit beginnst, dir diese Kraft wieder zurückzuholen, dein Leben aktiv mitzugestalten und dir deutlich zu werden, dass alles mit dir zusammenhängt, dass du dafür verantwortlich bist, dann ist das ein sehr, sehr, sehr machtvolles Tool. Und wenn du das begriffen und verinnerlicht hast, dann bist du nicht mehr, ja, dann bist du nicht mehr, hier ein schönes Beispiel, ein Pinball. Kennst du die alten, diesen ganzen kleinen Spielemaschinen noch, wo, wenn dieser Pinball da in dem Kasten hin und her fliegt, völlig unkontrolliert und nur unten sind diese beiden kleinen Schlägerchen, die diesen Ball hin und her bewegen. Du bist dann nicht mehr einfach irgendein Spielball von deiner Vergangenheit oder von deinem Umfeld, sondern wenn du in die Eigenverantwortung gehst, also Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst, dann wirst du wieder zur Heldin. Dann wirst du zur Heldin deiner eigenen Geschichte. Und du kannst deine Veränderung, dein Leben aktiv mitgestalten. Und ich möchte dir gerne ein paar Beispiele geben, mitgeben, was, wenn ich von Eigenverantwortung spreche, was das alles beinhaltet, wofür du Verantwortung trägst oder tragen kannst, wenn du dich dafür entscheidest. Als allererstes für dein Tun, also für dein Handeln, aber auch für deine Gedanken, dann auch deine Gefühle, das impliziert das auch. Und für alles, was in deinem Leben passiert, egal ob gut oder schlecht, und auch noch für jedes Ergebnis, was in deinem Leben passiert, was zu dir kommt, auch dafür trägst du die Verantwortung. Und wenn du das verinnerlichst und dir wirklich bewusst machst, dann ist in meinen Augen das der Schlüssel. Eigenverantwortung ist der Schlüssel für Freiheit. Das ist der Ursprung. Die Freiheit, selbstbestimmt zu entscheiden, was du willst in deinem Leben oder auch, was du nicht mehr in deinem Leben willst. Die Freiheit, das Leben zu wirklich zu führen, was du führen möchtest. Und das hat mit dir zu tun, nur mit dir. Und wenn du weiterhin in dieser, vielleicht erkennst du dich gerade wieder oder vielleicht warst du früher in dieser Opferrolle, vielleicht steckst du gerade immer noch drin und beim Hören dieser Podcast-Episode, vielleicht triggere ich dich mit dieser Podcast-Episode gerade sehr, weil du dich gerade wieder erkennst und du gerade ganz, ganz doll gespiegelt wirst. Und es gerade schmerzhaft ist, zu sehen, wo du weißt, okay, da habe ich den Finger auf andere gezeigt und nicht auf mich gerichtet, um zu schauen, welchen Teil habe ich dazu beigetragen, weil dann das tun wir immer. Und wenn du in der Opferrolle bist, Opfer können ihr Leben nicht frei gestalten. Wenn du in der Opferrolle bist, dann verschwendest du deine Lebensenergie. Du steckst all diese wundervolle Energie, die du hast, anstatt sie für dich zu nutzen und für deine Träume und Visionen davon, die voranzubringen, weiterhin hervorzutragen, packst du all diese Energie in Jammern und Klagen und mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das heißt, du gibst diese ganze Power, gibst du einfach ab an Dritte, an deinen Chef, an deine Eltern oder was auch immer. Und solange du in dieser Opferrolle bist, gibst du auch sozusagen diese Aufmerksamkeit und Anerkennung damit an diese Dritten halt weiter. Viele Menschen, also einige Menschen sogar, dass die, wenn die ganz sehr besonders tief in dieser Opferrolle drin sind, dass die sogar Krankheiten manifestieren im Äußeren, also dass diese Menschen manchmal sogar krank werden, um daraufhin Aufmerksamkeit und Anerkennung von diesen Dritten, von diesen Äußeren zu bekommen für ihren Schmerz, weil sie in dieser Opferrolle sind. Und solange du da drin bist, auch saugst du Energie. Also du ernährst dich gerade gar nicht von deinen eigenen, ja, von positiven Dingen, sondern du ernährst, du saugst Energie von anderen und ernährst dich emotional von deren Aufmerksamkeit, dadurch, dass du in deinem Schmerz, dass du in deiner Opferrolle bist. Und ich weiß, es scheint so viel bequemer zu sein, wenn man da drin ist. Und so viel, ja, so viel lohnender, weil es so viel einfacher ist, diesen Weg zu gehen. Doch wenn das halt aufhört, wenn du diese Aufmerksamkeit und Anerkennung von diesen Dritten halt nicht mehr bekommst, dann ist, ja, dann funktioniert dein Motor nicht mehr. Also du brauchst sozusagen so ein bisschen wie die Luft zum Atmen. Du brauchst immer in dieser Opferrolle die Aufmerksamkeit und Anerkennung in dem Sinne dann von den anderen. Und wenn die halt gerade nicht da ist, dann bist du leer, dann hast du gerade keine eigene Kraft und keinen Antrieb mehr. Und ich kann dich wieder nur zu ermutigen, empower dich, geh da raus, hol dir deine eigene Superpower, die ganze Zeit in dir ist. Du musst dich nur dafür entscheiden. Entscheide dich, Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen. Also sei kein Energiewampir. Und wie du das machen kannst, dass du ganz bewusst dich entscheidest, dass du nicht in der Opferrolle, in diesem Jammerteil bleibst. Das heißt, immer zum Beispiel dir zu erzählen, dass solche Sätze, vielleicht sagst du das selber noch oder du kennst vielleicht andere Menschen in deinem Umfeld, die sehr stark in dieser Opferrolle sind. Das sind zum Beispiel solche Beispiele wie, diesen Menschen passieren negative Dinge, passieren immer nur ihnen. Dass sie halt immer wieder in so einer Spirale sind und immer wieder in schlimme Dinge wieder fahren. Und diese Dinge passieren zum Beispiel auch immer wieder sehr häufig. und es geht immer nur um sie. Und weiter noch, dass andere immer verantwortlich sind für Dinge, die ihnen passieren. Dass es nie darum geht, dass sie persönlich auch dazu beigetragen haben, zu ihrem Schmerz, zu ihrem Leiden. Das heißt, ich möchte dich in dem Moment einfach auch nochmal auffordern, Solltest du in dieser Opferrolle gerade sein, steig aus. Du kannst jederzeit, du kannst dich jede Sekunde dafür entscheiden, aus dieser Opferrolle auszusteigen. In jedem Moment hast du die freie Entscheidung, wofür du dich entscheiden möchtest. Willst du die Heldin deiner eigenen Geschichte sein? Willst du Selbstverantwortung übernehmen für dein eigenes Leben? Oder willst du in dieser Opferrolle bleiben? Um dir an dieser Stelle nochmal ein paar persönliche Beispiele aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung zu geben. Ich habe mir eine sehr, sehr lange Zeit erzählt, dass ich dieses Leben am Meer überhaupt nicht leben kann. Dass das nur anderen vorbehalten ist, dass das mir überhaupt nicht zusteht, weil ich kein Programmierer bin, weil ich kein Entwickler bin und habe mir Dinge erzählt, weil das ja auch so viel einfacher war. Und anstatt wirklich, wirklich selber hinzugucken, okay, was kann ich aktiv mitgestalten? Lerne ich etwas Neues? Welche Ressourcen habe ich? Da kommen wir wieder zu dem Thema Eigenverantwortung. Ich habe mir sehr lange erzählt, das bleibt nur anderen vorenthalten. Ich selber darf dieses Leben am Leben, das Leben am Meer steht mir gar nicht zu. Wenn du also dein Traumleben realisieren willst, übernimm die Verantwortung für alles, für alles, was in deinem Leben passiert, für alles Gute, für alles Schlechte oder auch, wenn gar nichts passiert. Denn egal, was in deinem Leben passiert, was dir begegnet, es passiert wegen dir. Du verursachst dein Leben. Du bist ein Teil davon. Es ist deins. Und auch wenn du im Moment vielleicht noch nicht verstehst, warum es passiert, geh der Ursachen auf den Grund und bist du gefunden hast oder verstehst, warum es passiert. Also alles passiert, weil du etwas getan oder nicht getan hast, weil du gewisse Schritte getan hast, gewisse Entscheidungen getroffen hast oder nicht getan hast. Das Leben passiert nicht einfach. Alles, was passiert, passiert wegen dir, wegen der Dinge, die du tust oder nicht tust. Alle Misserfolge oder Erfolge. Also es passiert nicht einfach. Es passiert alles wegen dir. Du verursachst sie. Du bist ein Teil davon. Also es hat was mit Ursache und Wirkung zu tun. Alles in deinem Leben. Und die meisten von uns wollen, ja, wollen meistens etwas, etwas in ihrem Leben haben und dann erst etwas dafür tun. Doch du musst erst etwas sein, du musst sozusagen erst die ersten Schritte damit gehen, damit du eines Tages die sozusagen die Belohnung dazu bekommst. Ich möchte dir ein paar Beispiele nennen. Nehmen wir mal, du wünschst dir in deinem Leben einen respektvollen Umgang von deinem Partner. Wenn du das aber nicht vorlebst, wenn du das nicht beginnst, startest oder überhaupt in Relationship, auch in Freundschaften, dann wirst du das auch nicht in dein Leben ziehen. Das heißt, sei genau das, was du gerne in deinem Leben hättest. Beispiel, wenn du, es geht, Hilfsbereitschaft. Sei hilfsbereit anderen Menschen gegenüber, dann wird dir Hilfsbereitschaft auch in deinem Leben begegnen. Sei, beginn damit, ein positiver Mensch zu sein, dann werden dir auch mehr positive Menschen in deinem Leben begegnen. Und das bezieht sich auf alles in deinem Leben. Du, also das ist die Kraft der Anziehung. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das heißt, du ziehst an, was du ausstrahlst. Das ist ein, das ist ja das Gesetz der Anziehung. Damit ist dein Leben also das Ergebnis von allem, was du denkst, fühlst und tust. Also du bist die Ursache, du bist die Quelle, du bist die Urquelle, der Ursprung von all dem. Und damit kannst du auch die eigene Urquelle, der Ursprung von Freiheit sein. Positiv wie negativ auf dein Leben. Und ich möchte dich damit auch dann einladen, jede Situation vielleicht ab heute mit diesem neuen Mindset, mit dieser Idee, die ich vielleicht pflanzen durfte heute, dass du dir sagst, ich bestimme, ich bestimme mein Leben, ich kreiere, ich gestalte mein Leben aktiv mit, was in meinem Leben passiert. Nichts passiert in meinem Leben einfach so. Alles passiert wegen mir. Also sei nicht passiv, sondern sei aktiv. Und an dieser Stelle auch nochmal, bitte vergiss nicht, was Grenzen angeht. Weite dich aus, denn denk immer daran, du weißt nie, was alles vielleicht möglich ist. Dass du nicht weißt, wo du hast noch gar keine Ahnung, wo dein Limit ist, weil so viel mehr in deinem Spektrum, in deinem Leben möglich ist. Hätte mir, einfach wieder mein eigenes Leben als Beispiel zu nehmen. Ich lebe mittlerweile seit einigen Jahren ortsunabhängig. Ich verdiene mein Geld ortsunabhängig und lebe am Meer und habe für mich Bali als mein Zuhause auserkoren seit einigen Jahren. Und darf sogar Frauen dabei ermutigen, in der Siede bei unterstützen, ihr Leben am Meer zu kreieren, in meinem Mentoring-Programm. Und hätte mir das jemand vor Jahren erzählt, damals, ich erinnere mich noch so gut, wo ich so sehr in dieser Opferrolle war, wo ich nicht bereit war, eine sehr, sehr lange Zeit meines Lebens, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Da hätte ich den für verrückt erklärt. Und weil ich all diese Schritte gegangen bin, weil ich mich entschieden habe, mein Leben nicht mehr den anderen zu überlassen, nicht meiner Vergangenheit, nicht meiner Kindheit, nicht meiner, nicht meiner toxischen Beziehung, in der ich war, nicht meinem Chef, nicht meiner, ich habe nie studiert oder was auch immer, sondern gesagt, nein, ich gestalte mein Leben aktiv jetzt neu mit. Und das war die beste und wichtigste Entscheidung meines Lebens, mich bewusst zu entscheiden, nicht mehr Opfer zu sein, sondern mein Leben aktiv und selbstbestimmt mitzugestalten. Und du kannst das auch, du kannst dich jede Sekunde deines Lebens dafür entscheiden. Und es ist nicht so, als würde das bei mir aufhören, das ist auch ein Prozess. und auch wenn ich dieses Leben schon so sehr selbstbestimmt lebe und ich mir dessen bewusst ist, habe ich, kann ich mich auch oder ich darf mich jeden Tag, in jedem Moment, ist es nicht so, als hätte ich nicht immer wieder auch mal Herausforderungen, wo ich mich entscheiden darf, welchen Weg gehe ich gerade, bleibe ich in der Opferrolle oder entscheide ich mich für das selbstbestimmte Leben und trage die Verantwortung für mein Entscheiden und für mein Tun und für mein Handeln und für meine Gedanken. Es ist ein täglicher, nie endender Prozess, ein Muskel, den wir trainieren dürfen und ich kann dir nur sagen, ich will es nie wieder missen. Ich will in dieses Wachkoma, in diese Opferrolle, in der ich so lange, so tief war, ich will nie wieder dorthin zurück. Ich bin so froh, dass ich das begriffen habe, wie viel ich abgegeben habe von dieser Power, die mir zusteht, die da ist. Es ist mein Geburtsrecht, diese Power zu haben und sie anzuwenden und das hast du auch und an dieser Stelle möchte ich dich einladen, wenn du auch ein, das Calling hast und weißt, okay, du steckst vielleicht selber in dieser Opferrolle noch drin oder brauchst auch Unterstützung, um mehr Selbstverantwortung für dein Leben zu übernehmen, dann rate ich dich ein, am 21.02. findet ein kostenloses Webinar statt und in diesem Webinar teile ich mit dir all meine Learnings und Erfahrungen, womit ich mich selber sehr lange selbst sabotiert habe, mein selbstbestimmtes Leben am Meer zu kreieren, was mich so sehr davon abgehalten hat und teile viele weitere Tools und Erfahrungen mit dir, um dir all so viele mögliche Tools mitzugeben, dass du aus der Opferrolle rauskommst, dass du ins Tun und Handeln kommst, dass du die Heldin deiner eigenen Geschichte wirst. Ich lade dich also von Herzen ein, klick mal unten in die Beschreibung dieses Podcasts, wirst du eine Anmeldung finden, ganz kostenlos für dieses Webinar, dann bekommst du alle weiteren Informationen per E-Mail zu dem Webinar und wirst auch die Möglichkeit haben, jegliche weitere Fragen, die du hast zu meinem Leben, zu meinem Weg dazu, mir in diesem Webinar auch zu stellen und ich freue mich dabei, wenn du dabei bist. Also 21.02.2021, also einfach mal unten in die Beschreibung dieses Podcasts klicken und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich danke dir, dass du mir heute wieder deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dass diese Podcast-Episode dir ganz, ganz viel Mut gibt und Kraft gibt und dich inspiriert, die Heldin deiner eigenen Geschichte zu sein und die Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen und diese Superpower, die in dir schlummert, nicht einfach, ja, anderen Menschen zu überlassen oder deine Geschichte, Vergangenheit, sondern sie dir zurückzuholen und dich zu ermächtigen, Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen. Ich verabschiede mich dann wieder für heute mit einem Take of and Shine, meine Liebe und wir hören uns nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Podcast-Episode. Wenn du Fragen an mich hast und mit mir gerne in Kontakt treten möchtest, schreib mir gerne über Instagram. Mein Account ist unten verlinkt in den Shownotes. Der heißt See you soon, genau wie dieser Podcast und freue mich über den Austausch mit dir. Hab einen wundervollen Tag. Ciao.